Ich mache jetzt das, was mich glücklich macht und packe meinen Koffer und gehe. Vanessa, ich gehe. Sag mir jetzt Tschüss und ich muss gehen. Ist das gerade hier gerade dein fucking ernst? Ja, ich habe immer nochmal nachgedacht und denke, dass es einfach besser ist. Ich glaube mir ist besser so. Mir geht es echt gut. Ja, dann geht es dir echt gut, Jen. Mir geht es gut, ja. Wir hatten ja ein paar Gespräche davor, aber dass das jetzt so schnell kam, so plötzlich, ich war wirklich ein bisschen geschockt. Wir kommen nach Hause, alles, alles Gute. Du hast das allerbeste verdient. Natürlich. Hallihallo. Für sie ist das besser so, für uns ist es nicht verkehrt, sage ich mal. Ja, eine weniger. Wir lieben dich. Mit ihm wird das nichts und deswegen gehe ich nach Hause.